Guten Morgen Leute, was geht ab? Und zwar bin ich heute in Lüneburg, ja eigentlich mal in der Nähe und zwar gehen wir beim Eisenwerk, die Eisenwerk Challenge, dieses Jahr mit dem fünfjährigen Geburtstag, im Hintergrund geht es schon ab, das erste Heat, Mädels startet gerade, ja, hab gar nicht so lange geschlafen, zu viel Seeregel geguckt und mal gucken, wie das Ganze wird, nach Magdeburg war ich eigentlich ziemlich angeschlagen, erkältet und ja, bin heute gar nicht so guter Dinge und vielleicht wird es was, vielleicht nicht, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, wir schauen mal rein. Jetzt gehen wir mal hier zu den Pro-Athleten, ich zitter ganz schön, ich glaube, das ist wegen einer Müdigkeit. Hast du schon Bock? Nee, ich auf jeden Fall. Warm machen. Also du hast Bock auf Warm-Up eigentlich? Ja, ich bin auch nur deswegen hier, ich habe mich gar nicht angemeldet, ich mache mir nur warm. Also Anton hat richtig Bock. Der hat so viel Bock, dass er sich schon verletzt ist, was soll das denn? Aua. Aua! 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 Vielen Dank. 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 Immer Bock. Vielen Dank. ... 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